Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von MyBlogs YouTube. Heute bin ich dabei und der Max auch wieder so eine Premiere. Was? Wer? Cut. Achso. So, und der Max ist wieder dabei aufs Zweite. Moin. Oh ja Leute, ähm, so, wir sind heute mal Polizei und brechen keine Gesetze, sondern wir tun Gesetze. Ja, ich lasse mich da einfach. Ah, da bist du ja auch schon. Achso, da. Ich glaube, ich kann einen nochmal. Hey. So, und ich vielleicht, ähm, ne. So, schön mal die YouTuber-Nerfray rausholen. Ne, das krieg ich nicht einfach selber. So, ähm, warte mal. Ich bin hier A1 und bin ich, dann können wir Swatch sein. Das kann man ja nicht. Warum kann ich mir keine AWP holen? Da muss man so einen Pass haben, den hab ich selbst auch noch nicht. Aber den hol ich mir bald, Leute. Das kann ich mir auch nicht holen. Ja, ja, dann muss man sich einen Pass holen. Und ich kann mir die Scar holen kosten. Warte, ich kann mir die Scar holen. Also, Dings, äh, die Nerfray kostet echtes Geld. Die Scar kostet 300 Robux und der Swat Pack 399 und da ist auch diese Waffe, die M4A1 dabei. Und AWP und, äh, Dings, ähm, wie heißt das jetzt? RPG-Weapon, das sind die einzigen, die man sich jetzt noch nicht holen kann. Police Debt, so dress a SWAT. Ich dress jetzt a SWAT, weil ich bin jetzt im SWAT-Team. Ich hab jetzt die SWAT-Kleidung an. Ja, ich auch, warte. Und ich kaufe Hüste, wo kann man sich jetzt eigentlich befinden? Im SWAT Pack kriegt man auch so ein Schild. Ich hab eigentlich noch nie das Schild an. Ja, gleich. Ja, hallo. Frank, den Schrank ist nur. Nee. Komm, lass. Stopp. Ab. Alte Chapter One. Größen, aber. Los, ich kann hier einfach nicht hoch. Welche Sachen hast du eigentlich schon? Ich hab schon den Scout, den kann man sich für 500.000 holen. Achso, du hast ja auch dein Handy, die welche Kohlefahrzeuge noch schicken. Ich hab das Casino-Auto auch. Aber Leute, wir holen, äh Leute, Max, wo bist du? Ich flieg gerade durch die Karatsch. Ich seh dich. Achso, das mit dem Auto. Woll ich nicht. Achso, bist du jetzt Hero geworden? Nein, ich bin Hand Hero geworden. Wie kannst du fliegen jetzt? Ich bin von der Bühne runtergefahren. Achso. Achso, und deswegen bist du gerade verblühten. Okay, bist du gerade beim Hightpark leider oder bei der Bühne in der Welt? Hier bei der Bühne in der Welt. Ja, okay, wirst du irgendwie... Und ich kann die nicht durch. Ja, wir können ja nur wieder ins Tisch schlau mal haben. Ah, da hab ich deinen Heli abstützen sehen. Hier, guck, da. Ey, Max, dein Heli hier abstützen. Oh, jetzt ist er weg. Als ob, hier ist mein Heli. Ja, genau, du hast ihn jetzt dahin gespawnt. Ja, genau, ich bin in Höhe, gell? Ja, wirklich. Ja, wo bist du jetzt? Hier, da. Ich gehe jetzt zum Juweli. Ja, well, du bist da. Okay, ja, bleib. Warte doch mal. Wir müssen auf Streitelfahrt. Wie siehst du das überhaupt? Ja. Und der Juweliertzug lässt uns eher zum Flughafen fahren oder zur Pyramide. Was hab ich grad die ganze Zeit gemacht? Auf dich gewartet. Wo bist du denn da? Keine Ahnung. Genau, du fragst halt grad, wo bin ich. Und die Prägenz? Selber hin. Ja, du willst wissen, wo du selber bist. Nein, zeig mal. Zeig mal, wo du bist. Nein! Ach, Pyramide, bleib da stehen, wo du bist. Dann, ich seh dich am Standpunkt. Auf, auf. Standpunkt, Standpunkt. Bin oben. Ja, da, da. Hier ist auch die Pyramide. Toll, okay. Das ist nicht die Pyramide. Ich seh dich. Deswegen bist du da auch zu grün. Hallo. Wo bist du denn? Oh, krimineller, krimineller. Krimineller. Jetzt kommt schnell die steige Ahnung. So, da kommst du jetzt nicht raus. Ich sag, jetzt komm schnell, steig ein. Das ist so ein nachgemachte Spiel von GTA 5. Also steig in meinen Bruin-Tar ein. Steig in meinen Bruin ein. Komm rein, komm rein. Nicht, dass wir gleich sterben. Komm, dann geht es gleich. Komm, dann geht es gleich. Spring. Jetzt fliegen wir gleich aus dem Game-Sales. Jetzt fliegen wir gleich aus dem Game-Sales. Leute, ich bin rausgeworfen worden. Eine kleine Schraube. Ja, genau so. Jetzt machst du es ganz schlimm. What's the Max? Und so, Leute, wir sind jetzt wieder drin. Beziehungsweise ich bin wieder drin. Äh, vor allem, ja genau. Max, wechselst du. Welches Team bist du? Hero? Hero? Max ist auch so Team Hero-Sales. Was für ein Hero willst du sein? Ich gebe die Parade. Oh, du packst gleich bei mir wieder, wenn du so machst. Archer Hero ist der Team. Ich, ehrlich gesagt, stehe auf den mit Six-Pack. Diesen Inferno hier. Hallo. Achso. Achso. Aber hier ist eine gute Nachmache von den guten Alten. Titan. Oder nein, weißt du? Ich werde jetzt Hot Rod. So eine Nachmache von Flash. So eine Nachmache. Ich so. Wenigstens kann ich mit ihm schnell rennen. Okay, Leute. Ähm. Ich bin jetzt einfach so hier mal mit meinem. Du hast dieses. Und mein. Sozusagen Art High-Tog-Leiter. Und Leute. Ich mache das noch nicht mit Lügel aus. Sondern ich mache jetzt nicht. Ich fahre jetzt ganz schön weit. Okay. Oh, hallo, Maurauder. Ich bin hier gerade auf dem Maurauder. Nicht auf dem Maurauder. Korrektur. Nicht. Warum? Es ist dieses Boot da. Dieses Panzerboot. Ja. Hier gibt es einen Einbruch. Hier gibt es einen Waffenshop mit meinem Pipeline, mit meinem Zoom-Alfen-Alfen-Alfen. Ich seh dich. Hey, hast du keine Waffe? Nee, ich geh kurz. Kann man nicht trennen? Was? Wie kommt man da rein? Irgendwie will ich ja. Du musst designen. Wie hast du dir eigentlich das Geld verdient? Auf deinem Handy. Nee, du bist dann gar nicht. Ein paar Heißtöste. Ich bin grad beim Paradise Mall. Und wie kommt man denn rein hier? Warte, da ist so ein... Warte. Und mein Pip... Einfach mal beim Versteck, wie auf der Map, hier so hab ich gespielt. Und da hab ich einfach so ne Dings benutzt, so Pipeline. Und da haben die einfach so gesagt... Einfach so... Zu mir. Da hat so einfach jemand gesagt zu mir... Das ist unfair! Ja, ja. Und David vor allem auch so... Unfair, Robin. Unfair. Warum benutzt du dein Pipeline bei Verstecken? Man hat gesagt, man soll das laufen. Dann ist es schwieriger. Ja. Und ich fahr einfach ganz weit weg. Bis zum... Keine Ahnung. Ich nehm jetzt mal meine M41. Warum hab ich nur noch 92... Ähm... Ach so. Ach so. Oh Gott. Gut. Ach ja. Ähm... Gleich, gleich. Gleich. Warum ist jetzt mein Scout jeder als nicht Favorite? Ja. So. Jetzt gut. Warum sind hier drei Seiten? Ja. Damit man an beiden Stellen auch wartet will. Wo bist du jetzt? Joveni. Oh, toll. Ich helf dir. Huuu. Schlaggdonald. Ah, ich kann hier nicht weg. Ah. Halt. Okay. Ey, war da gerade... Ne, ich war nicht. War nicht. Warum war da gerade? Da war einfach der Knochen drauf. Äh, da war einfach... Wie lief der Knochen drauf? Den konnte man sich den Heftika verdienen, Leute. Ich hoffe, er kommt zurück. Und der Max muss jetzt auch verlassen. Weil... Er muss jetzt auch gehen. Und Leute, ja. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Habt uns sehr gefreut, Leute. Tschau. 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 Tschau.